Leute, Freitag, zweiter Teil, Major Fish Marathon und wir gehen rein Leute mit der Barsch Tactical Box. Major Fish hat mir ein Paket geschickt, da waren zwei Boxen drin, einmal die Thunder Tactical Box, als auch die Barsch Tactical Box. Für jede Box mache ich ein extra Video Leute und hier können wir schon sehen, hier können wir schon sehen Leute, was da für cool da drin sind, an Inhalt. Hier sieht es aus wie eine Zikade oder so ein Blade, Gummifische, Twister glaube ich, noch mehr Gummifische, Fluorocarbon, Wobbler, Dropshot, Jigköpfe, Dropshot Haken und Snaps. Ich glaube, das wird hier drin sein Leute, ich glaube das wird hier drin sein und deswegen machen wir jetzt mal schön rot und hier auch das Major Fish Logo. Hier hinten steht schon drauf, was drin ist, deswegen gehen wir da gar nicht erst durch, deswegen gehen wir da gar nicht erst durch. Auf jeden Fall die Box ist ready to fish Leute, damit wird die Box. Oh, Grüße raus an Sven. Oh man, aber schön verpackt. Ich mache wieder ein bisschen größer für euch, so, damit ihr alles sehen könnt. Richtig schön verpackt, jeweils immer 5 Gummifische. Okay, Major Fish Facebook, Major Fish, Internetadresse, Major Fish, ich glaube mal das Babyfone ausmachen. Und steht was drauf? Ah, hier Adresse, Major Fish, ne? Adrian, könnt ihr anschreiben, was ihr mal was braucht. Do not use for any purpose other than fishing, not for human consumption. Keep out of reach of infants and children. Don't store the soft baits together. Avoid heat or high humidity. Alles klar. Hier ist die E-Mail-Adresse, falls ihr die braucht, Leute. Major Fish, Info at Major Fish. Ich habe da nochmal alle Seiten. Instagram fehlt, oder? Instagram fehlt auf der Verpackung. Muss man auf jeden Fall, ach ne, hier unten ist ja, ich trottel. Ne, ist drauf. Hätte ja sein können. Sieht ein bisschen so wie ne wilde, wilde, wilde Westen-Schrift aus, ne? Aber was ich geil finde, hier oben kann man aufmachen, so. Und dann kann man die wieder verschließen. Finde ich sehr, sehr gut. Wieder verschließbare Packung. Gefällt mir immer gut. Kann man nämlich am Wasser einfach aufmachen, und zack, einen rausnehmen und wieder zumachen, sonst hat man die offene Packung. Und, ähm, das werden wir jetzt auch mal machen. Wir werden jetzt mal einen rausnehmen. Wie geil er aussieht, ne? Pink. Mal gucken, ob ich schon der Flavor in die Nase sprüht, jetzt schon. Geht. Sind, glaube ich, nicht so geflavert, oder? Einfach nicht so feucht. Glitzer, schmetzer? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Na, schön glitzt war mit dem Pink. Wir gucken mal, ob das UV aktiv ist. Oh. ein bisschen auf, jetzt nicht so krass aber vielleicht Elastizität ist gut bitte reiß nicht bitte reiß nicht wie im FlexiFit Video ist gut, gefällt mir aber mir gefällt auch das, dass dieser Schwanz so leicht ist wenn du einen Dropshot hast zum Beispiel hat der super geile Bewegung hat der eine super geile wie soll ich sagen eine super geile Aktivität reizt die Köder hier vorne steif, das ist super wichtig und dann hier ganz ganz geil gefällt mir sehr gut vielleicht sogar extra für Dropshot gemacht bin ich mir nicht sicher, aber kann ja gut sein hier ist noch das gleiche das ganze, nee ist nicht genau da hole ich mal raus, ist nicht genau der gleiche oh warte guck mal was erstmal drauf steht geht so weit gar nichts weiter drauf ich geh gar nicht drauf, welcher Fisch das fehlt, aber ansonsten oder ich übersehe es mal wieder Major Fish ah das steht hinten auf der Box ich trottel das steht ja hinten auf der Box ah guck mal, das ist der mit dem Twister-Hakenspanz das ist der mit dem Twister-Hakenspanz gefällt mir sehr, sehr gut na dann gefällt mir wirklich sehr, sehr gut dann fährt die Dinge dran das müsste ich auf jeden Fall ausprobieren hier die kleine Flosse oben auf dem Rücken Fisch-Schwarz mit natürlichen Aspekten punktuell eingesetzt geil man geil was haben wir hier? ah, hier sind die Snaps für 9kg steht da drauf 9kg, 10 Stück Duo-Lock-Snap sehr geil, Snaps, Terminal Tackle immer gut dann haben wir hier die Jig-Köpfe 5g jeweils glaube ich, oder? alles 5g ja, Tight Lines ist auch nett gefällt mir gut gefällt mir gut gefällt mir gut besonders auch, dass die so angeeckt sind welche Hakengröße hat das? 3, oder? das Ding ist wenn ich das jetzt aus der Box rausnehme dann weiß ich das hinterher alles nicht also wäre echt besser wenn das auf der Verpackung stehen würde na das ist ja auf jeden Fall gut wir werden gleich gucken Fluorocarbon? ne, doch nicht doch nicht äh, Dropshot-Haken schöne ich liebe es kennt ihr dann, wenn ihr wenn ihr so Dropshot-Haken bekommt und die sind einfach so ein 1-0er 2-0er-Haken und dann denkt ihr so was soll da beißen? krass, Mann, ey schönes schönes Dropshot-System sehr, sehr stark ist schon gebunden? ne, ne oder? mach mal auf ich hol's raus ich riskier's ich riskier's ja wenn ihr die Haken sehen ne, ist noch nicht gebunden muss man noch binden, Leute aber ist einfach perfekt schon dabei einfach drum zack Gebel dazwischen fertig ist hier haben wir Dropshot-Bleie oh, das ist eine schöne Dropshot-Bleie dann muss ich aber auch wieder gucken hinten, welches Gewicht das ist ne, sind das zwei unterschiedliche? ja, das sind zwei unterschiedliche einmal ein leichteres einmal ein schwereres schöner Wobbler alter, mir fällt die Verpackung schön weiß die Farben gefallen mir gut richtiges schönes Barsch-Dekor Lauftiefe halber bis einen Meter steht direkt drauf sehr stark sehr stark oh, was haben wir hier? Major Fish ist das ist das unser guter Adrian? ne? ist das unser guter Adrian hier? hallo? ach, da wird der Fore hier, ne? ist das ein Lachs? wer weiß, wer weiß schöner Wobbler gefällt mir sehr, sehr gut oh mit so einem Spin-Schwanz hinten mit so einem V-Schwanz geil UV-Aktiv nicht so, ne? ok oder doch ja doch, hier unten sieht man es mehr warum habe ich das gerade nicht gesehen? bin ich dumm? ja, hier sieht man es auf jeden Fall sehr, sehr UV-Aktiv sehr, sehr UV-Aktiv XO, Baby XO kennt ihr die Serie noch? ähm XO, XO wie hieß das nochmal? ach von der Teenie-Serie da auf Netflix kann die auch XO, XO schreibt mal in die Kommentare mir fällt es gerade nicht ein mir fällt es gerade nicht ein vielleicht fällt es mir gleich noch ein aber man, man, man ja schön und am Ende noch ein schöner so ein was ist ein Wobbler? so ein ja und Wobbler rasselt der? ja, mit einer Rassel mit einer Rassel ein Meter bis zwei Meter Lauftiefe na schönen grünen stark ja schönes Bild auch meine Verpackung ist immer anders Major-Fisch-Aufkleber ja und was haben wir hier auch Adrian mit einer persönlichen Unterschrift hier ja es gibt sogar ein Major-Fisch-Heftchen dazu was Zander was ist das Team? wer steckt hinter Major-Fisch Leute? die Leidenschaft für das Spinnfischen in all seinen Facetten packt mich immer wieder vom Neuen egal ob in Deutschland oder an Gewässern in anderen Regionen Europas sobald es raus an oder auf das Wasser geht steigt die Spannung das treibt mich an bestimmt kennst du das Adrian hier der ist er der ist unser Adrian klar kenn ich das Mann klar und hier sind wahrscheinlich nur Tima Markus bester Name mit K noch besser Adrian und Dennis wir arbeiten mit Herz Hand und Verstand sonst steht die Begeisterung zum Angeln im Vordergrund das möchten wir mit dir teilen authentisch und ehrlich hier zwei Kunden zu Besuch süß Spaß bei der Sache muss sein wie alles begann alles hat angefangen mit einem Hechtköder dem Pike Shad von K.P. Bates ich hatte mir den Köder direkt aus Finnland bestellt da es die Köder nicht in Deutschland gab kurz Zeit später war der Köder da montiert und brachte mir einen absoluten Außen alter der Fisch King Petri dazu man starker Fisch und das war der Köder der Köder mit dem alles begann sieht geil aus sieht richtig geil aus richtig ergonomisch Mann stark nach vielen gefangenen Fischen war mir eins klar dieser Köder muss nach Deutschland weil sie A funktionieren eine riesige Farbauswahl haben ein super Preis Leistungsverhältnis nach dem selben Jahr sind wir direkt in eine größere Hallung gezogen wie wir heute jeden Tag viele Pakete für dich packen sehr nett dankeschön wir geben alles wir geben immer unser Bestes damit die Artikel möglichst schnell bei dir angekommen bei dir angekommen angekommen oh warte wir geben immer unser Bestes damit die Artikel möglichst schnell bei dir das müsst ihr verbessern ankommen möglichst schnell ankommen ne wir verstehen jeden Tag wir versenden jeden Tag viele Bestellungen aber auch bei uns passieren Fehler ja das passiert wer arbeitet macht Fehler das ist auch nicht schlimm wenn du mit uns zufrieden bist sag es anderen bist du nicht zufrieden sag es mir sollte einmal etwas schief gehen schreib uns am besten direkt eine Mail an info wenn du zufrieden bist freuen wir uns über eine kleine Bewertung eine Produktrezension oder ein Like bei Facebook oder Instagram schon getan also Instagram auf jeden Fall vom Wasser zum Produkt zahlreich unsere Produkte sind aus eigenen Erfahrungen am Wasser entstanden so auch unser Maßband beim Drill eines großen Hechtes vom Ufer stellte sich fest dass ich gar keine geeignete Abhackmatte dabei hatte um den Hecht oh ja gut dass ihr so eine habt jetzt so stand unser Major Fish Maßband hier können Fische schonend vermessen werden durch die spezielle Maße von 140 cm bei 13 cm passen auch die größten Muddys aus Maßband geil man so muss das so muss das auch die Raubfisch jetzt meint doch nicht das hier oder auch die Rampfen entstanden nach einer schmerzhaften Erfahrung wegen eines Turniers mit Christians Schwade in den Niederlanden keine Lust mehr auf offene Fingerkuppen also fanden unsere Handschuhe ihren Weg ins Sortiment hier sicher und sauber und am Ende hier noch ein paar Bilder und für Zander der Lazy Shad hier wenn die Zander hart an Grund stehen diesen Twisted Shad der Minnow 5,5 für den Tander hier Lazy Shad und hier der Fransenmann ey Fransenmann bester würde ich den auch so nennen und hier dicke Zander am Sonnenuntergang was mit dir schick uns deine Fangbilder mit Majorfish Köder wir freuen uns drauf also wenn ihr was fangt Majorfish direkt hinschicken so wir gucken nochmal hinter die Box und hier bin ich mal gespannt die Gewichte steht was drauf Majorfish Figurationsköder Majorfish Crankbait 5 mal Gabi Baby 3 2 Dropshot Köder 5 mal ist so Baby Dropshot Köder ja genau so Dropshot Startblei da stand kein Gewicht bei oder gucken nochmal nicht dass ich Quatsch erzähle ich mach's mal auf hol die mal raus doch da sind sie doch die Gewichte seht ihr man muss nur mal richtig gucken man muss nur mal richtig gucken einmal 10 und einmal 7 Gramm Leute so weit falsch rum muss nur mal richtig gucken Leute so und welche Frage hatte ich noch offen Hakengröße der Jigköpfe Hakengröße und Gewicht Gewicht steht drauf 5 aber Hakengröße nicht aber ich glaube das spielt auch keine Rolle weil die Ready to Catch sind für die Box aber vielleicht finden wir hier trotzdem noch die Hakengröße Dropshot Blei Dropshot Leithaken Fluroker Boden Dual Lock Snap hier Major Fish Connector Micro Jigheads dreimal ne finde ich nichts dazu Hakengröße aber das spielt auch keine Rolle den Micro Jigheads man sieht ja das sind kleine Gehaken wäre halt nur nochmal ein schönes schönes Gimmick die Größe der Haken zu wissen falls man die ganzen mit anderen Ködern benutzen möchte etc ansonsten stark schöne kleine Köder ich packe die Box wieder rein und es wird natürlich auch für euch aus der Barschbox als auch aus der Zanderbox sozusagen eine Special Major Fish Box für euch in der nächsten Angel News was zu gewinnen geben Leute in dem Sinne wie hat euch die Box gefallen schreibt mal ruhig unten in die Kommentare und Leute falls ihr Wasser seid ein dickes dickes Petri und denkt dran bleibt gesund ist das allerwichtigste euer IC Kuss geht raus checkt jetzt die Zanderbox Grace zwei 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 vier zwei Bis zum nächsten Mal.